Wir stehen jetzt vor der Turbinhalle und jetzt kommt Dennis J. ins Bild. Er musste nämlich nochmal gucken, ob er das Auto abgeschlossen hatte. Und wir sind heute beim E-Tropolis-Festival und gucken als erstes Sturmcafé, dann Oberer Todpunkt, dann Suicide Kommando, dann Nachtmah und dann Nizza App. Und wir nehmen euch mit. Das Motto ist heute, saufen, essen und feiern, oder? Das Motto ist heute, saufen, 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 oder? Die ganzen Aktivitäten. Ja! Ja, auf jeden Fall. Ich werde im Endsendens ja von irgendwo auf diesem Sitzeck in der Ecke liegen. Ich schleppe ihn zum Auto, dann muss er fahren. Ja! 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 Ja!